Äh, speichern wir mal, weil wir ja gewonnen haben. So, dann war hier vorne noch irgendwo eine Best. Da sind hier so viele Gegner unterwegs. Ist ja verletzend. So, was haben wir denn hier? Okay. Was war da mit Pipi? Das wird irgendwas folgendes, glaube ich. Ich hab's schon mal gehört, okay. Das ist doch sogar der alte Sack, oder nicht? Ach, hat er von ihm den Namen zum Suzuki, oder was? Oh. Ich hab's auch schon mal gehört. Ich bin Munancho Suzuki. Wenn ihr euch auf den Kanal abonniert habt, dann können wir euch auch mit meinen Freunden erzählen. Oh ja? Was ich für mich? Ich habe keine Ahnung, aber ich habe gerade gesehen. Ich habe gerade gesagt, dass du... Du bist der Mü-Nan-Tcho-Suzuki? Oh, du kennst dich? Ja, das ist toll. Ich bin der Mü-Nan-Tcho-Suzuki. Ich bin der Mü-Nan-Tcho-Suzuki. Ja, dann können Sie auch hier mit euch zusammen machen. Was ist das? Du bist der Mü-Nan-Tcho-Suzuki? Ich bin der Mü-Nan-Tcho-Suzuki. Ich bin der Mü-Nan-Tcho-Suzuki. Nein, ich bin nicht das. Ich bin der Mü-Nan-Tcho-Suzuki. Ich bin der Mü-Nan-Tcho-Suzuki. Ich habe gerade gesagt, dass ich vor mir im Video aufgeben. Ich habe schon gesagt, dass ich mich nicht mehr so verliegt. Ich habe mich nicht mehr so verletziert. Das ist aber, es ist eine Wahrheit. Es ist eine Wahrheit. Aber ich denke, dass du dich nicht verletzten, dass du dich nicht verletzten. Aber ich denke, dass du dich nicht mehr so fühlst, dass du dich nicht verletzten. Hey, Mü-Nan-Cho! Was ist das? Was ist das Schüle-Pippe? Hey, Mü-Nan-Cho! Du hast du mir einen Schüle-Pas? Das war's für heute. Ja, das ist das... Oh, ich mache das! Ich mache das! Die Kirchen der Kirchen der Kirchen sind nicht so viele Menschen, oder? Hm? Was ist das jetzt? Ich habe es nicht verletzt, dass es nicht verletzt wurde? Hey, hey! Ich habe es nicht verletzt, oder? Du bist nicht verletzt. Was ist das? Das ist ein Verständnis für die Verständnis. Das ist ein Verständnis für mich. Du bist! Du bist nicht so schlecht. Das ist ein Verständnis für mich. Das ist ein Verständnis für mich. Aber das ist ein Verständnis für mich. Kannst du dich nicht aufhören? Wissen Sie nicht aufhören? Wir brauchen keine Mühelle, keine Mühelle. Wenn du keine Mühelle, dann kann ich nicht mehr Mühelle. Dann können Sie nicht mehr Mühelle. Ich will das nicht mehr Mühelle. Da haben wir uns doch beim Künsten. Das war schon am ersten, der auch letztens, bei dem Waffenhändler, hat es vergessen. Das war's für mich. Was ist das? 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 Ich bin jetzt... ... das ist vollständig. mehr, hier ist nix mehr, hier ist nix mehr und hier haben wir noch das. To done, bing bing, würde ich mal sagen. Machen wir mit Sacha, ne weiter? Hallo. Hier ist nix mehr, ein riesiger Berg. Extra-Beilage. So, nicht was hast du gemeint ist mit. Stimmt, das hatt ich auch irgendwie nie verstanden. So, steu, steu, steu. Es ist nicht extrem, mal. Super-Gloß. Super-Gloß. Könnte das für euch die Riese gewechseln? Ja, cool. Ja, dann haben wir das schon mal. Und alle sind gehalten. Cool, dann haben wir das schon mal rausgefunden. Sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Da können wir nochmal Gespräche kriegen oder so weiter und da finden wir echt so viele. Hier vorne? Okay, dann gehen wir dann nach oben. Ist ja gerade ein Schirm rumgeflogen, was war das Rote gerade? Aber ist einfach nur ein Fehler meiner Obenmatrix. Ich habe die Rote gerade noch einen Schirm rumgeflogen. Ich habe die Rote gerade auch sehr gut gemacht. Ich habe die Rote gerade auch einen Schirm rumgeflogen. Das ist ein Schirm rumgeflogen. Ja, das ist doch gut. Ich habe die Rote gerade schon sehr viel gemacht. Ich bin sehr freundlich. Ich habe keine Zeit, was ich immer gesagt. Das ist so. Ich habe eine gute Veranstaltung gefunden. Genau. Ich habe mich mit einem kleinen Veranstaltung in die Stadt und der Stadt. Ich habe mich mit einem Schwerpunkt in die Stadt und der Stadt. Ich habe mich mit einem Schwerpunkt nicht geholfen. Ich habe mich sehr, dass ich mich mit einem neuen Veranstaltung in die Stadt. Ja, das stimmt. Ich glaube, es ist nicht so gut, aber es ist eine gute Verkaufung. Ich glaube, es ist eine gute Verkaufung. Ich glaube, es ist eine gute Laute zu essen. Ja, das stimmt. Sie haben mich immer alle, die ich mit mir gebracht habe. Ich glaube, es war alle. Genau. Ich habe auch noch ein Freund von mir. Ich glaube, es ist ein Freund von mir. Ich denke, dass mein Leben auf mich ist. Ich denke, dass mein Leben auf mich ist. Ich denke, dass mein Leben auf mich ist. Ich denke, es ist wichtig. Ich denke, dass mein Leben auf mich ist. Was der? Ja, ich denke, es ist wichtig. Was ich an das Kiefer? Nein, nein. Ich denke, ich denke, ich will die Frage zu viel zu hören. Ich denke, es geht um mich? noch an der schule so leise wir gehen wir aber alle zum speziell ich könnte mich vorstellen wirst du es schon jetzt zu stehen also kateo hiroshi Äh, was? Also, es ist gut, aber bitte. Ich habe den Kühlschrank mit diesem süßen Kühlschrank. Ich habe den Kühlschrank mit dem Kühlschrank. Das ist das Gefühl? Ich habe mich sehr geholfen. Das klingt eher nach einem schlechten Witz, nicht nach einem Rätsel. Nee, das hat mich keiner verstanden. Ich wollte nur Kiryu-san sagen, und wollte Kiryu-san sagen, dass ich... Nein, es war so interessant, weil es gut ist. Haha, das ist ein sehr guter Geheimnis, Kiryu-san. Fynn, wenn ich mich überrascht habe, was ich? Ah, ja, das ist gut, aber ich habe einen Bild, nicht wahr? Wenn ich einen schönen Kaffee mache, dann wird es gut sein. Es ist egal, aber ich kann es nicht mehr so machen, wenn ich das Rätsel habe. Ah, ich kann es gut machen, aber ich kann es gut machen. Ich kann es gut machen. Ich frage mich, mag das doch nicht irgendeine Auswirkung, welche Hand wird gegeben? So, haben wir das abgeschäft, sehr schön. Wir können wieder 100, jawohl, Kirito ist schon auf Max. Nice. Hallo, die Dame. Oh, das wollte ich gar nicht. Obwohl, Omelette... Ja, nur die beiden, ne? Oh, wetteschön, wenn ich mal dabei bin. Sehr schön. Ja, Kirito kann ich mir steigen. Danke. Kirito, äh, Kirin, Kirio ist auf Kirito. Falsches Spiel, falscher Anime. Alles falsch. So. Smartphone, Taxi. Ja, guck mal, jetzt kommt man direkt zu fahren. Wir gehen aber erstmal nach Gamowucho jetzt. Gamowucho, es gibt ein Auto, würde ich einfach da hinfahren, ne? So, warte haben wir... Oh, guck mal, ach ja, genau, wir haben hier Befreiungsdinger, stimmt. Dann ist da auch noch was. Eins, zwei... Drei... Ach, guck mal, jetzt sind nicht in der Nebenaufgabe. Okay, drei Sachen habe ich gezählt. Dann gehen wir mal zu Alain Stein, würde ich sagen. Helfen wir den Leuten mal. Zack. Oh, da seid ihr nicht. Oh, ich kann mich glaube ich schon, ne? Find ich gerade einer hier, der quatschen wollte. Oh, und nicht. So, ja, wie hieß es, ne? Hier runter muss man sich ja prügeln, ne? Hallo, lasst dir mal den bitte in Ruhe. Danke. Da geht's. Ich geh mal runter. Ich hab's ja an. Ich hab's ja. Ich hab's ja nicht mehr da. Oh, du bist ja nicht mehr da. Das ist ja lo. Oh, du bist ja nicht mehr dran. Ich hab's ja immer drauf. Du bist ja auch. So, ja nicht mehr da. Ah, kriegst halt hier noch was zu mit ab. Quatsch, quatsch. Genau drauf. Oh, das wird Zigarettenverkloppt. Quatsch und quatsch. Sehr schön. So, weiter geht's. Einmal hier ran. Was ist arg? Jetzt bin ich verwirrt. Ich weiss nicht genau was von Bugs. Meiner hat mich hier so zuforschen zu wollen, ne? Oh, shit. Oh, shit. Oh. Ups. Ja, schön, haben wir auch noch getroffen. Batsch, batsch, batsch. Sehr schön. Einfach totgekombat. So, dann nehmen wir den Nächsten. Ich glaube die Story-Dinger mache ich zum Schluss machen, oder? Ich weiss nicht. Äh, wie sollen wir hier hingehen? Der Story-Dinger also, die nehmen wir so, oder? Ja, ist auch noch einiges mit Kyria zu tun, siehst du mal. Es wirkt so ein bisschen wie sein Abschiedsdebüt dann dadurch, würde ich jetzt sagen. Hallo, könnt ihr dir das bitte lassen? Danke. Okay, ich höre das bitte was. 's. Also, ich mache nichts. Ich weiß nicht, wie ich dein Werk ausnutzen würde. Ich mache nichts. Ich mache nichts. Ich mache nichts. Ich mache nichts. Ich würde eigentlich den anderen haben. Kommt mal. Noch ein Schlag. Dann war er nicht. Ich bin der Fall. Und. Patsch. Sehr schön. Ja, waren die doch mal. Hab ich mir gedacht. Waren wir nämlich nicht bekannt. So, gehen wir da hin. Gucken, ob da sich einer sich meldet. Vielleicht schalten wir dadurch auch noch was frei. Ich hab natürlich auch nicht gedacht, dass wir vielleicht so was auch noch frei schalten können. Lalalalalalalalalala. Hallo Leute, sind Sie ziemlich wach? U-Ton. So, da sehen wir noch unser Ziel. Hallo, könnt ihr das bitte lassen. Danke. Schauen wir doch mal ein paar Bärs in. Oh man, life off. So schön. So schön. Patsch, patsch. Wo war jetzt die Kombo? D慢st du dich nicht in das직? ups tá 화장end. Ich hoffe... O Çok high schملte in den Augen. Ich finde das eine immer noch gemacht. Oh, du bist so. So schön ichuro. Ich bin eingedobTERig. Oh oh oh... Na. Das ist ein Modell. 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 Okay, die Haare hat noch nicht mehr auf der Seite. Das ist ein Modell. Das ist ein Modell. Ich verstehe, dass sie fängsig ist. Fuck. Und er nimmt immer noch. Jetzt nicht mehr, Gott sei Dank. Ich bin echt nervig jetzt. Muss ich sagen. Dann gehts hier hin. Drei, vier, fünf. Sollte ja schnell gemacht sein. Ja, sind so. реб para mir. Und so, ich gehe jetzt noch mal was doch da manchmal so ganz动.